So, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe mir natürlich letztens nicht nur ein iPhone bestellt. Wir haben auch noch ein neues iPad Air in Rosé Gold. Und das packen wir jetzt aus. Und ich kann es vergleichen mit dem ganz alten iPad Normal und mit dem iPad Pro. Das kleine Pro. Und genau, das gucken wir uns jetzt mal an. Und viel Spaß. So Leute, jetzt haben wir hier das iPad Air in Rosé Gold. Das machen wir jetzt auch mal auf. Jetzt haben wir hier die Lasche. Die können wir jetzt ziehen. Okay, das hier so ringsherum. 64 GB für die Generation. Ja, das ist schon leicht detuliert, die ganze Verpackung. So. Hier außen ist es nicht so erhaben geprägt wie beim iPhone. Jetzt machen wir es mal auf. Wie gesagt, hier unten hat es eine kleine Macke, da geht es nicht so leicht auf. So, jetzt haben wir hier das iPad. Das können wir wieder wie hier rausziehen. Und dann machen wir das auch gleich mal. Ziehen es quasi hier auf. Dann haben wir hier das auch seh-goldene iPad Air. Noch dabei ist dieses Netzteil. Der Netzstecker und USB-C auf USB-C. Hier in diesem beim Flee ist dabei die Bedienungsanleihung, wie immer, in verschiedenen Sprachen. Hier ist noch für die SIM-Karte dabei, der Stecker. Und noch dabei sind zwei große Aufkleber für das Auto. Also wenn du ein bisschen protzen willst, na, ein Wagen. Hat ja sowieso jetzt jeder hinten draufkleben, diese Apfel. Mittlerweile könnte ich mir da wahrscheinlich das ganze Auto damit zukleben. Und wir können jetzt mal vergleichen. Das ist jetzt das iPad Air. Das ist jetzt das allererste iPad, was rauskam. Das ist jetzt das iPad Air. Die sind quasi beide gleich groß. Aber das Display ist quasi anders. Und das vorletzte iPad Pro ist das jetzt quasi. Wenn man das jetzt mal so vergleicht, sind die alle gleich groß. Wie gesagt, das iPad Air hat jetzt die gleiche Größe wie das iPad Pro am Bildschirm. Wie das kleine iPad Pro. Das ist jetzt gerade ein bisschen dreckig, sehe ich gerade. Und ansonsten, genau. Können Sie mal starten. Und das jetzt so vergleicht, sind die Bildschirme dann schon etwas anders und etwas größer. Dass jetzt das gleiche Bildschirm ist wie hier, das kann, äh, der gleiche Bildschirm ist, kann ich leider nicht sagen. Äh, das müsst ihr mal selber googeln. Und, genau. Alles klar. So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und, äh, schreibt mal drunter, was man noch so auspacken könnte. Wäre mal interessant auf jeden Fall. Besten Dank. Macht's gut. Tschüss.